In diesem EDIUS-10-Podcast geben wir Ihnen einen Einblick in die neuen Funktionen von Version 10.10. Neu sind Motion Tracking mit Skalierung und Drehung, Rendern und zur Timeline hinzufügen, Miniaturansicht für Clip-Marker, einfaches Beenden mehrerer Jobs, Hautonlinie im Vektorskop. In EDIUS-10 gibt es verschiedene Möglichkeiten des Motion Trackings. Wenn Sie mit dem Maskenfilter arbeiten, können Sie ein Objekt verfolgen und einen Filter auf das verfolgte Objekt anwenden. Mit Hilfe des Layouters oder des Transformationsfilters können Sie aber auch etwas an das verfolgte Objekt anhängen oder ein Objekt verankern. In der EDIUS-10-Vorschaureihe haben wir Ihnen gezeigt, wie einfach es ist, ein Namensschild, eine Animation oder einen Videoclip an ein verfolgtes Objekt anzuhängen. Mit dem Update auf die Version 10.10 kann EDIUS-10 jetzt die Skalierungs- und Rotationsverfolgungsinformationen verwenden und auf das angehängte oder verankerte Objekt übertragen. Wenn Sie das Tracking abgeschlossen haben, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste in die Vorschau des Trackings und wählen Sie Apply Tracking, Skalierung oder Drehung. Diese zusätzlichen Motion Tracking-Optionen ermöglichen Ihnen in EDIUS-10 viele neue Gestaltungsmöglichkeiten. Rendern und zur Timeline hinzufügen Vielleicht haben Sie bemerkt, dass die Render-Option Rendern und zur Timeline hinzufügen in der ersten Version von EDIUS-10 fehlte. Diese Option ist jetzt mit Version 10.10 wieder verfügbar. Gerade wenn Sie in einem Projekt mit mehreren Ebenen arbeiten, sparen Sie damit viel Renderzeit, wenn Sie Änderungen in der Timeline vornehmen. Die Option Rendern und zur Timeline hinzufügen finden Sie in der EDIUS-Menüleiste unter Rendern oder im Kontextmenü oberhalb der Timeline. Sie können aber auch die Tastenkombination Umschalt plus Q verwenden. Miniaturansicht für Marker Sequenz- und Clipmarker können sehr hilfreich sein, insbesondere bei größeren Projekten. Mit ihnen können Sie ein bestimmtes Bild oder einen Bereich markieren und mit Anmerkungen versehen. Sie helfen bei der Synchronisierung oder beim Verwalten längerer Passagen und dienen als Kapitelmarken. In Version 10.10 werden jetzt Miniaturansichten für die einzelnen Marker in der Markerliste für Clips und Sequenzen angezeigt. So verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die Marker. Einfaches Beenden mehrerer Jobs Der neue Renderdienst von EDIUS 10 arbeitet im Hintergrund. Über den GV Job Monitor im Menü Tools können Sie die Renderjobs anzeigen. Auch während Jobs im Hintergrund gerendert werden, können Sie die Bearbeitung fortsetzen. Falls Sie einmal einen Hintergrundjob beenden möchten, ist das ganz einfach möglich. In Version 10.10 können Sie nun auch mehrere Jobs markieren und abbrechen. Hauttonlinie im Vektorskop Manchmal bekommt man es mit Videomaterial zu tun, das eine Farbverschiebung aufweist. Für die Farbkorrektur stehen in EDIUS viele verschiedene Filter zur Verfügung. Für die Farbmessung ist das Vektorskop das geeignete Werkzeug. In Version 10.10 wird jetzt eine sogenannte Hauttonlinie im Vektorskop angezeigt. Mit dieser können Sie die Farbe im Bild optimal anpassen. Die Hauttonlinie ist die Linie zwischen Gelb und Rot im Vektorskop. Die Linie repräsentiert die Farbe des Blutes, das unter unserer Haut fließt. Die Hauttonlinie ist also unabhängig von der tatsächlichen Hautfarbe immer gleich. Um den Hautton für einen Clip zu überprüfen, können Sie mit dem Maskenfilter einen Teilbereich der Haut einer Person maskieren. Im Vektorskop sehen Sie nun die Sättigungs- und Farbtonwerte des Hauttons. Wenden Sie einen Farbkorrekturfilter an und passen Sie ihn an, bis der Hautton direkt auf der Linie liegt. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, deaktivieren Sie den Maskenfilter. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer EDIUS Podcast-Playlist. Weitere Infos zu EDIUS, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf EDIUS.de.